Heute ist das chinesische Lateinenfest im chinesischen Yunxiao-Jer. Für euch, Yunxiao-Jer, die ganze Familie fahren bei Salatai Restaurant. Das Essen war sehr lecker. Viele Prominente, Otto, Dieter Bohlen und andere haben früher auch Salatai Restaurant besucht. Wir haben folgendes bestellt. Grünes Kokosmilchcurry mit Hinterfleisch. Rotes Kokosmilchcurry mit Hühnchen. Gebratenes Entenfleisch mit Cashewcannon. Gebratene Tela Pela Filet mit Chilisauce übergossen. Suppe mit großen Garnelen. Verhüllungsrollen mit Gurke und Soße. Das Essen war wirklich fantastisch. Das chinesische Lateinenfest ist die beliebsten Traditionen zur Feier des Yunxiao-Festes. Gebratene Tela Pela Filet mit Garnelen. Normalerweise essen wir in China, Tanguyen. Auch sehr lecker. Gebratene Tela Pela Filet mit Mauer wie die Chine. Gebratene Tela Pela Filet mit Schweren und Schweren. Gebratene Tela Pela Filet mit Garnelen. Die D여 2,5 Jahre an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.